Das war ne heiße März in Zeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es blüht und schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfrostelt uns, trotz alledem. Ja, hallo zusammen, ähm, ganz knapp, worum es gehen soll, das ist einfach nur ... ... Fragen und ... ... Antworten ... ... zum ... ... Kunststoff Video. Ja, das werdet ihr hier wieder irgendwo im Bild finden. Das war ja das letzte Whiteboard Video, das ich gemacht habe. Und ... ... ja, da gab es eine Menge Reaktionen drauf. Die meisten war freundlicherweise auch sehr positiv. Ich finde es halt interessant. Einige haben auch ihre Schlüsse daraus gezogen, ähnlich wie ich. Was die Verwendung von Kunststofftanks usw. angeht, besonders Makulon halt. Ähm, andere hatten noch einige Fragen. Und auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Okay, die erste Frage war ... ... welche ... ... Kunststoffe ... ... sind noch ... ... ah, ich weiß mal wie ... ... das erste Schild war ein bisschen gefährlich. Ich würde jetzt vielleicht eher ... ... von problematisch ... ... sprechen. Ähm ... ... ja, schwer zu beantworten. Das Problem ist ja bei Kunststoffen, das hatte ich ja auch in dem Video gesagt, dass nicht allein ... ... die Grundzusammensetzung des Kunststoffes ein Problem ist, ... sondern halt auch die ganzen verschiedenen Additive. Ja und ... ... nur weil ich jetzt einen ... ... Grundstoff ... ... vom Grundgerüst wie PE habe, z.B. ... der relativ ungefährlich ist bei ... ... Zersetzungen usw. ... kann ich nicht dazu sagen ob nicht irgendein bleihaltiger ... ... Zusatz da drin ist. Das wird Euch auch kein Händler sagen können. Wer das ... ... für den Händler behauptet ... ... ähm ... ... der hat das wahrscheinlich auch nur vom Hersteller bestätigt bekommen, ... der es wiederum, wenn man Glück hat, ... überhaupt beim Kunststofflieferanten nachgefragt hat. Ja, also da ... ... kann man ... ... nur schwer was zu sagen. Es gibt aber z.B. einen Kunststoff, ... der ist ... ... als problematisch auch schon relativ bekannt. ... das ist das sogenannte ... ... P O M ... ... oder ausgeschrieben ... ... Poly ... ... Oxy ... ... Methylen ... ... hat man häufig ... ... wenn man diesen Kunststoff anfasst ... ... da riecht ... ... besonders wenn da heiß geworden ist ... ... dass man diesen typischen ... ... sagen wir mal ... ... diesen Kunststoff Weichmagenbruch ... ... wahrnimmt. Woher kommt das? Erstmal ... ... das P O M ... ... sieht ... ... seiner Grundstruktur ... ... sehr einfach aus ... ... ... ... Ja, ist ... ... dem ... ... Poly-Yty- מש-ähnlich. Nur, daß wir hier ... ... ein O-Statt ... ... dem Eilen ... ... statt der rechten Verbindung zum nächsten Kohlenstoff haben ... Ja, was ist da das Problem? Das Zeug gilt als Temperatursicher bis 130 Grad Celsius im normalen Dampfbetrieb, extremste Pinol-Wicklungen, Setups usw. mal ausgenommen aber im normalen, sag ich mal, 7 bis 15 Watt Standard Dampfbetrieb ist das alles kein Problem aber beim Verbrennen oder einer Temperatur von 220 Grad Celsius, die man ja durchaus bei dem heftigen Weiber mal erreichen kann beginnt sich dieses Polyoxymethylen zu zersetzen das zersetzt sich in verschiedenste Bestandteile da wird zu den Schäden CO2 und Monoxid Wasser und so weiter und so fort aber ein Stoff, der dabei auch auftritt und zwar sicherlich bekannt ist dieser hier und das ist Form Aldehyd der Vergangenheit wird gerne als günstiges Lösungsmittel verwendet für Klebstoffe in Lacken usw. und so fort aber mittlerweile wird das nicht mehr verwendet weil es extrem gesundheitsschädlich ist von permanenten Kopfschmerzen Übelkeit es ist ein sogenanntes Baugift auch man hat das Häufchen sag ich mal alten Gebäuden oder so oder alten Schränken wenn die mit dem falschen Latt bearbeitet worden sind dass die halt dann auch diesen typischen Lösungsmittel hoch ausspräumen und da ist halt häufig dieses Formaldehyd wer sich da genau informieren will Links werde ich euch unten wieder in der Box präsentieren wie gesagt es ist tatsächlich auch bei kurzem und längerem Kontakt je nachdem wie die Dosis ist äußerst gesundheitsschädlich ja ansonsten dieses POM findet man unter verschiedensten Handelsnamen auch wieder Delerin könnte einigen was sagen äh Ultraform äh Ticonyl gibt es verschiedenen Namen für wird häufig verwendet für Zahnräder elektrische Isolatoren im Auto findet man es häufig ja diese ganzen Hebel für Blinker und Lichtschalter und sowas die sind häufig aus dem Zeug Reißverschlüsse an Klamotten und so weiter Möbelbeschläge gibt es einen Haufen Anwendungen für gibt es einen Haufen Anwendungen für aber soweit ich das gesehen habe so gut wie keinen in der Lehnzügelindustrie ja ich habe da nichts zu gefunden äh macht mir da schon wieder ein paar Gedanken was die Auswahl dieses Stoffes angeht wenn es darum geht ja den Verdampfer zu verbauen ja und äh diese thermische Zersetzung ist natürlich nur ein Punkt das Ganze ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grade gegenüber Lösungsmitteln und ähnlichen chemischen Stoffen stabil ja deswegen ist halt dieser Kuch häufig bei diesen Kunststoff wahrnehmbar äh solltet ihr tatsächlich mal an O-Ringen und Isolatoren diesen Kuch wahrnehmen ähm solltet ihr zumindest versuchen ihn auszutauschen das bringt mich direkt zum nächsten und da hat jemand nach den Silikonen beziehungsweise den Erastomeren dazu gefragt ja wie sieht das denn mit denen aus wie sicher sind die auch hier möchte ich direkt vorne wegschicken auch wenn ja ich jetzt hier auf den Reitstoff eingehen werde ja sozusagen das Polymer alleine zu Additiven kann ich nicht sagen das ist wieder irgendwas aus der Hexenbücher was ich nicht einordern kann ja wie sehen diese hier sieht die Grundpolymere erstmal aus das sind meistens diese weichen halb durchsichtigen äh Grundisolatorenringe oder so was oder Dichtungen an den Mundstücken äh an den Mundstücken hasse ich die Dinger persönlich für die Anwendung her weil sie nie halten ja die sind immer so glatt dass man das ganze Mundstück meistens im Mund hat und die Dampfe wieder in der Hand so ungefähr wenn man es absetzen will die schmeiße ich immer raus und verwendet stattdessen andere aber es geht ja hier vor allen Dingen um die Dichtungen von Tanks oder sowas ja ein bekanntes oder recht einfaches Silikatpolymer ist dieses hier Poly Dimethyl Siloxan sieht folgendermaßen aus wir haben wieder eine Kette die jetzt hier Silizium als äh Zentralatomat nicht Kohlenstoff an dem hängen aber dann solche Methylgruppen also CH3 oben und unten dann kommt ein Sauerstoff und dann folgt wieder so eine Gruppe ja das ist wieder so eine ewig lange Kette und am Ende von dieser Kette stehen dann nochmal Methylengruppen vorne und hinten so wird nämlich die Länge der Kette bestimmt man baut sozusagen immer weiter diese Silikon Sauerstoff Bindungen immer weiter und am Ende damit sich das dann nicht wieder miteinander verbindet kommen dann diese Methylengruppen als Stopper hin das hier wäre zum Beispiel jetzt ein sehr äh weicher und flüssiger Silikon Poly Silikat macht die mehr äh ähnlich diesen Dichtstoffkartuschen hier die man vom Bau kennt es gibt aber welche die werden noch wesentlich fester das ist eine sogenannte Harze die sind etwas anders strukturiert die erleben hier sind Sachen sind das ist ich weiß wie Jetzt um die Ängelchen. 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 Jetzt um die Ängelchen zu einem Netz ausbilden. Hier oben hängen dann wieder diese Netze dran. Ich habe das mal an diesen Wellenlinien oder Abitzlinien angedeutet, weil ich ein bisschen faul bin. Und hier auch wieder überall diese Methylengruppen, um weitere Verzweigungen an den Stellen dann zu verhindern. Diese Elastromere werden häufig, sehr häufig auch für Nähmstmittel eingesetzt. Und tatsächlich habe ich nach längerem Suchen, hier auch so eine Stellungnahme vom BVR, Bundesinstitut für Risikobewertung, gefunden. Ich habe mich damals durchgearbeitet. Ich will euch das jetzt ersparen, das ist viel Stoffchemie und viel, ich sag mal, eigentlich uninteressante Statistik. Besagt aber, dass man diese Silikone für diverse Lebensmittel, ob das jetzt tatsächlich sogar im Lebensmittel drin ist, in Form von Silikonöl, wie auch als Kunststoffe, also als Verpackungen für Lesmittel verwenden kann. Solange man bei diversen Additiven entsprechende Grenzwerte einhält. Da sind wir wieder bei dem Problem, Additive können wir nicht reingucken, bei den ganzen Stoffen. Also, kann ich zu diesen Silikoneelastromere nur sagen, von sich aus sind sie tatsächlich relativ harmlos anscheinend. Nur, da sind halt wieder die Fragen mit den Zusatzstoffen zu klären. Nächste Frage. Der CD-Test. Ich hatte ja erzählt, dass Makronon dieses Durchsichtige ist, was bei den CD-Zeiten auf der einen Seite diese Datenträgerschicht, auf der anderen Seite diese Beschriftung hält. Und dann kam ein User auf die Idee, man könnte dann doch mit seinen Liquids testen, wie weit die Makronon angreifen. Vorschlag war, man nimmt die CD, mir ist niemals ein Künstler verloren gegangen. So, das sei jetzt mal diese CD. Dann haben wir ja hier, ich sag mal die Datenspur. Da haben wir dieses Loch in der Mitte. Und hier zwischen den beiden haben wir ja ein bisschen fein liegendes Makronon. Jetzt könnte man hier hingehen und so ein wenig von dem Liquid an der Stelle aufbringen und einfach mal schauen, inwieweit es hier eine Reaktion gibt. Sprich, gibt es tatsächlich ein Loch oder einen Riss, der sich bildet. Verfärbt sich das Liquid, verfärbt sich das Makronon. So wird es dann durchsichtig, wird es dann so neblig, stumpf. Dann hätte man ja schon mal vorher getestet, ist das Liquid aggressiv gegenüber Makronon. Dann sag ich ja, man kann damit zumindest extreme Reaktionen auf Makronon testen. Ja, das funktioniert, ganz klar. Problem ist natürlich, ich sag mal milde Reaktionen, die man nicht mit dem bloßen Auge erkennt, die wird man damit natürlich nicht feststellen können. Es kann ja immer noch sein, dass ihr zwar optisch keine Trübung feststellen könnt, sich aber trotzdem Teile vom BPA gelöst haben. Ja, aber ich sag mal so, bevor euch das Ganze in den Tank kippt und der Tank dann auseinanderbricht, könnt ihr durchaus mal diesen kleinen Test durchführen. Gut, letztes großes Thema, was da schon angesprochen wurde in den Kommentaren. Es gibt ja sogenannte getemperte Makronon-Tanks. Da sind die sicher, weil die bringen ja zumindest nicht auseinander. Der Fragesteller hat das Ganze schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, kritisch dem Ganzen gegenüber angesprochen. Und ja, da wollen wir uns bei der Runde halten. Was ist Teppern, wozu macht man das, was ist der Vorteil und gibt es Nachteile. Wenn wir uns jetzt einfach mal so ein Stück Makronon vorstellen, einfach so eine Platte. Dann liegen da drin die ganzen Makronon-Ketten. Erstmal schön entspannt untereinander. So wäre das Makronon im Auslieferungszustand. Jetzt will ich dem Ganzen noch mal eine Form geben. Ich will es verformen. Nehmen wir mal davon aus, beim Tankbau würden wir es ja biegen. Ein bisschen größer. So, das ist ja jetzt mal ein gebogener Makronon-Tank. Was passiert jetzt mit diesen wunderbar aufgereihten Makronon-Ketten? Nun, natürlich passen sich der Wiegeform an, aber durch leichte Temperaturunterschiede und so weiter und so fort, kommt es dazu, dass diese Ketten verformt werden. War ein bisschen extrem dargestellt, aber soll der Anschaulichkeit dienen. Was passiert jetzt an dieser Stelle? An dieser Stelle passiert genau das, was auch passieren wenn man ein Gummiband oder eine Klavierseite anzieht. Es entstehen Spannungen entlang der Kette und auch zwischen den Ketten, weil eine gespannte Kette sozusagen die anderen mit verformt. Auch diese werden dann entsprechend unter Spannung gesetzt. Jetzt kommt wieder so ein Eisbonbon-Liquid oder sowas daher und bohrt all dieser Ketten an. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn man so ein Gummiband, was gespannt ist, durchschneidet. Es macht TING! Das Ganze schießt auseinander. Durch die plötzliche Entspannung werden die anderen Ketten auch direkt mitgetroffen. Und so entstehen diese bekannten Spannungsrisse in den Tanks. Dass diese Ketten tatsächlich entlang einer Spannungskante, deswegen sind das auch immer so schön gerade Linien, aufreißen. Das sind halt Spannungen, die schon im Material bei der Verarbeitung entstanden sind. Und jetzt gibt es ja dieses Temper, das eben diesen Effekt, dass so ein Tank aufreißt, verhindert. Wie macht man das? Jetzt haben wir jetzt wieder unseren Tank. So. Mit unseren unter Spannung stehenden Abloben rein. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Restkörlöcher Denken. Man geht hin und erwärmt das Ganze auf 80 bis ca. 130 Grad Celsius in einem Wärmeschrank. Dabei passiert dann folgendes. Diese Ketten, weil das ganze Material wird weicher. Und diese Ketten können sich wieder entspannen. Die werden wieder diese ganz entspannenden, lockerflockigen Makron-Ketten, die wir vor der Dehnung hatten. Das Ganze kann man auch beibehalten, wenn man das Ganze anschließend langsam abkühlt. Durch langsames Abkühlen behält man dann diese entspannten Makron-Ketten. Was ist jetzt aber hier das Problem? Das werde ich euch mal ganz einfach auf der Tafel stehen lassen. Die Temperatur hier. Hier an euch, ich hatte euch diese Sodastreamflaschen gezeigt. Da sagt man schon, die sollen auf gar keinen Fall mit heißem Wasser oder gar in der Spülmaschine gespült werden. Das ist eine übliche Spülmaschine, arbeitet bei 50 bis 70 Grad Celsius. Da ist auch wirklich die Obergrenze. Ihr seht, schon hier wird davor gewarnt, dass große Mengen bis Phenol A aus den Flaschen austreten können. Jetzt gehen wir noch um einiges höher, von 10 bis 50 Grad, jetzt mal von der Obergrenze hier. Oder sogar 60 Grad von der Obergrenze hier gesprochen. Das kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Dementsprechend sind die meisten getemperten Tanks schon allein daran zu erkennen, dass sie nicht durchsichtig sind, sondern milchig. Man fängt immer noch sein Liquid, aber die sind nicht mehr durchsichtig, weil eben bei diesen Temperaturen große Mengen BPA freigesetzt werden aus dem Grundstoff. Die treten dann in die Umwelt aus, in Form, wenn das jetzt in einem Wärmeschrank passiert, ist das halt in der Luft von dem Wärmeschrank. Aber, ihr habt die BPA Moniküle auch überall an den Innen- und Außenwänden des Tanks kleben. Ihr habt also von Grund darauf schon einen kontaminierten Tank, der dann auch statt einer großen Schwachstelle die aufreißen kann, viele kleine, die zwar nicht aufreißen, aber BPA wieder freisetzen können. Entsprechend... ...Tempon... ...gleich... ...unsicher. Ihr habt zwar einen Tank, der gegen Reißen unsicher ist, der ich aber mit jede Menge köstlichem BPA im Liquid versorgt. Dementsprechend... ...halte ich... ...Tempon... ...an der Stelle für Blödsinn. Bleibt dabei, von Cologne ist meiner Meinung nach, für solche Anwendungen, wie Verdampferbau, vollkommen ungeeignet. ...Person. Hat mich bisher noch keiner vom Digital überzeugen können. Ja, das waren soweit die Fragen, die ihr unter meinen Grundstoff-Video gepostet habt, die ich auch mal ein bisschen ausführlicher als mit einem halben Satz, als Comment, oder weil es mit dem Comment wieder gar nicht ging, überhaupt nicht mit den Comments beantworten konnte. Und entsprechend habt ihr jetzt dieses Video der ganzen Tatsache zu verdanken. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, scheut euch nicht, packt sie drunter, ich tue mein Bestes sie zu beantworten. Ja, in dem Sinne, passt euch auf, bleibt gesund und man sieht sich. ... Doch sind wir frisch und wohl der Mut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt und ein Gas gewinnt, doch weiter nichts trotz alledem.